Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer Besprechung von LOL Halloween Special, das am 21.10. auf Prime Video erscheint. Wir dürften vorab schon zwei Folgen von drei sehen. Vielen herzlichen Dank für die Screener. Und wer sind wir? Das ist einmal die Theresia. Hallo. Hi Sven. Hallo an die Welt. Und ich der Sven. Hi. Fangen wir mit was ganz Allgemeinem an. Bist du ein LOL-Fan? Ja schon. Also ich habe bis jetzt jede Staffel gesehen und das ist auch ziemlich zügig. Ja, bei mir ist es tatsächlich, es kommt darauf an, wer dabei ist. Ich gucke immer wieder rein, aber bei einigen Staffeln muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch nicht alle Folgen gesehen, weil mir einfach die Teilnehmer nicht so wirklich zugesagt haben und ich das dann auch teilweise nicht so ganz witzig fand. Welche Staffel hat dir am besten gefallen? Ich weiß nicht mehr, welche das war. Es war auf alle Fälle eine, wo Bastian und Anki Engelke dabei gewesen sind und die waren leider sehr oft dabei. Ich glaube, das war die zweite oder dritte Staffel, die ich wirklich gefeiert habe. Ich habe halt auch immer das Problem gehabt, also mir hat jetzt zumindest die letzte Staffel, die komplette Staffel, die da war, da fand ich zum ersten Mal wirklich die Auftritte, die dann die Comedians immer gemacht haben, und die fand ich da bei der letzten Staffel am lustigsten, also da musste ich wirklich mir auch das Lachen verkneifen. Dafür fand ich jetzt auch wiederum dann die Teilnehmer selber waren nicht so meine Favorites, aber die Sachen, die sie dann abgeliefert haben, fand ich sehr lustig. Ja, mir persönlich gefallen, also ich finde die Auftritte, ja, immer so, ja, manchmal, klar, witzig, meistens schmunzle ich so ein bisschen drüber. Ich finde so das, was untereinander passiert, diese Wortspielereien und so, da habe ich eher meinen Spaß dran. Ich glaube, bei mir war es die, ich glaube, das ist die vierte, wo Joko und Elton dabei sind. Die habe ich am meisten gefeiert und am meisten gelacht, allein weil schon Krömer die ganze Zeit hinter Joko hinterherläuft und dem sonst irgendwas verzählt. Das waren so, glaube ich, auch die ersten zehn Minuten, da habe ich echt Tränen gelacht. Klar, Giermann ist auch immer ein Garant, auch wenn ich da so manchmal die Gefahr sehe, dass sich Kinski oder, ich meine, er hat halt ein riesiges Repertoire, aber meistens kommt halt auch gern Kinski, dass sich das so ein bisschen abnutzt. Da finde ich es ganz geil, dass die einen sehr angenehmen Tonus haben mit ihren Veröffentlichungen. Du wirst nicht erschlagen, es kommt immer ein bisschen was. Man muss ja sagen, also du hast halt immer so ein Gefühl, diese leichten Opfer eben dabei. Wie gesagt, es war ja auch schon irgendwie Klaas dabei und jetzt auch Joko, wo ich mir gedacht habe, okay, Joko ist dabei, der übersteht keine zehn Minuten. Und es ist wirklich so, also jetzt auch, habe ich das Gefühl, jetzt ein bisschen auch in der Staffel, also diese Gespräche untereinander sind oft gefährlicher oder wenn sie dann sagen, wir sitzen jetzt mal kurz zusammen oder wir machen das, das ist oftmals wirklich gefährlicher als dann irgendwelche Auftritte. Das stimmt. Hast du eine Lieblingszusammenstellung, was für Teilnehmer, Teilnehmerinnen du gerne auf einen Haufen sehen würdest? Boah, die hat man alle schon. Also ich bin halt, ich mag halt Thorsten Städter sehr gern, weil den finde ich einmal sehr, hat einen sehr trockenen Humor und also einen sehr guten Wortwitz. Genauso Bastian und Anke, die wären auch, mag ich auch sehr gern. Ich fand es, glaube ich, wen fand ich noch lustig? Ja, Olaf Schubert ist natürlich auch gefährlich und Kurt Krömer. Also ich habe natürlich eine Top Ten, also so mit Giermann, Kessler in Verbindung mit Pastewka, weil die sich auch schon ewig lang kennen, könnte auch richtig gut sein. Klar, Schubert, Sträter, Krömer, so als leichtes Opfer hätte ich gerne Matthias Schweighöfer drin, weil ich bin jetzt kein Riesenfan, aber diese Nicht-Lachen-Sachen bei Joko und Klaas, wenn er dieses Tagebuch vorliest und sich selbst so beömmelt, der hat so eine krass ansteckende Lache. Das wäre noch lustig, wenn du jetzt quasi, wenn du Schweighöfer und Joko mit dazu packen würdest, weil die kennen sich privat so sehr gut und die müssen sich, glaube ich, nur anschauen und die brechen Schallen vor Lachen aus. Das, glaube ich, wäre sehr hart für die beiden, wenn die zusammen in einer Staffel wären, aber ich fände es lustig. Das wäre mega, ja, das würde ich auch wirklich, wirklich abfeiern. Da müssten sie denen, glaube ich, auch extra Leben geben. Gut. Zehn Stück oder so, ja, für jeden. Mindestens. Kommen wir zu dem Special. Also wir hatten ja das Weihnachtsspecial, was ja ein bisschen anders da abläuft als die normalen Staffeln. Wie findest du dieses Teamkonzept mit den zwei Leben? Fandest du das gut oder war das eher was, wo du gedacht hast, naja, komm, ich warte eigentlich lieber auf die normalen Folgen, aber der Vollständigkeit halber würde ich es mir an oder hast du es dir angeguckt? Also ich habe es auch geschaut, also ich wollte ja wissen, wie es dann so ist mit den Teams. Ich fand es dann echt ein bisschen fies, dass du dann auch als Team nur zwei Leben hast. Also wenn du dann wirklich mit jemandem zusammen bist, was dann auch gefährlich werden könnte, weil du, wenn dein Teammitglied was vorführt, darfst du ja selbst auch nicht lachen. Also das ist halt noch gefährlicher, noch schwieriger, denke ich, da zu vermeiden, dass man Leben verliert. Fand ich ein bisschen schade, dass sie dann auch nur zwei haben. Also vielleicht wäre es vielleicht drei so noch schöner gewesen, damit es noch etwas länger dauert. Aber sie kürzen es ja dann auch auf drei Stunden und nicht auf sechs. Also ich glaube, ich bin schon Fan von, mehr der Fan von den normalen Folgen und Staffeln. Aber diese Specials, wie gesagt, das sind ja dann meistens nur drei Folgen. Und das macht es dann ganz schön. Und ich finde die Aufmachung jetzt von dem Halloween-Special, finde ich ganz nett, die ganzen Änderungen und Anpassungen zum Thema. Ja, also ich muss sagen, bei dem Weihnachts-Special habe ich mir echt so ein bisschen schwer getan. Das war irgendwie, das hat mir nicht so ganz gepasst. Ich fand so die Teambildung ein bisschen mau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch dieses Mal, dass mehr Nicht-Comedians drin sind, weil die anderen vielleicht sich dann für die normale Staffel aufheben. Ich fand es aber irgendwie auch spannend. Also ich habe mich jetzt wirklich gefreut. Ich glaube, man kann ja sagen, wer mit dabei ist. Ich glaube, das ist ja offiziell. Also ich habe mich wirklich auf die Kaulitz-Brüder gefreut, weil ich echt mich interessiert habe, wie die sich schlagen. Weil ich hatte ja auch so eher bei den beiden das Gefühl, dass die auch eher zu tendieren, zu lachen. War ich echt gespannt, wie die reagieren. Ich war auch immer, ich habe einmal manchmal so eine Probleme, wenn Nicht-Comedians mit dabei sind, weil ich mir denke, ja okay, was will mir der jetzt da irgendwie vorführen oder zeigen oder wieso bist du da? Aber ich muss jetzt sagen, also die Formationen hier finde ich jetzt wieder ganz, ganz homogen und hat mir jetzt so die ersten beiden Folgen jetzt wirklich gut gefallen. Ja, also wie gesagt, bei diesem Christmas-Special war ich irgendwann raus und als ich dann das Line-Up für das Halloween-Special gesehen habe, also wir hätten, das kann man ja sagen, wir hätten Sträter, wir hätten Schubert, wir hätten Sascha, die gute Frau Fria, die gute Frau Bös, zweimal Kaulitz und die Roszinski ist auch wieder dabei. Da dachte ich, oh, ich weiß nicht. Ich habe nichts gegen die Kaulitz-Zwillinge, aber ich finde die jetzt nicht irgendwie unterhaltsam. Also es ist nichts, wo ich mir jetzt geben müsste. Aber ich muss sagen, in den zwei Folgen, die wir gesehen haben, sind sie mir A, nicht auf die Nerven gegangen und die hatten ein paar nette Einfälle. Also es ist auch hier wieder, das geht Schlag auf Schlag. Da wird nicht groß lang ums Feuer getanzt, sondern direkt reingesprungen. Das Tempo fand ich irgendwann ein bisschen nervig, weil es mir zu viel war und mir ist halt wirklich eher um diese Dialoge geht, wenn wir dann zusammensitzen, die ich halt wirklich viel gefährlicher finde als die Auftritte. Und ja, manchmal, ich finde es zum Beispiel fies, dass Olaf Schubert mit Roszinski zusammen ist, die ja auch so ein Lachsack ist. Und er sich mit ihr als immer die ganze Zeit unterhält und ich denke mir als Schubert, sag mal, wenn du sie zum Lachen bringen willst, die ist in deinem Team. Ja, oder dass sie nicht weggeht und sagt, ich muss hier irgendwo anders hin. Oder das Schlimme ist, kaum drehst du dich um, steht ja der nächste gefährliche Gegner vor dir. Ja, das stimmt. Und okay, Sascha war nett, aber ob ich es jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. So von der Dekoration her hat sich da ja nichts groß geändert. Es sind immer wieder mal so kleine, wovon wir ja natürlich nichts verraten, nette Gimmicks noch drin, die sie verfeinert haben. Also die Umgebung spielt teilweise noch mehr eine Rolle. Es sind auch kleine fiese Fallen eingebaut. Es gibt eine Szene am Anfang, wo man, oder wo, ich weiß gar nicht, ich kann die auch nicht richtig auseinanderhalten. Einer von den Kaulitz-Zwillingen steht an einer Rüstung, mehr werde ich nicht sagen. Den Moment fand ich mega. Da habe ich wirklich gut gelacht. Das hätte mich, glaube ich, direkt gekillt. Fandest du es diesmal zu viel von den Gimmicks, die die Umgebung hat? Hat dich das rausgebracht? Oder fandest du das eine nette Erweiterung? Nee, ich fand es nett. Also es war eben nicht so viel. Das Schlimme ist halt immer, das sind jetzt trotzdem drei Stunden und die werden jetzt auf dreimal 30 Minuten gekürzt. Das ist halt wirklich, du kannst halt wenig durchschnaufen, weil das halt dann wirklich so kurz getakt ist und ständig gefühlt passiert irgendwas. Und du merkst quasi gar nicht, dass eigentlich die schon eine Stunde oder eineinhalb Stunden überstanden haben. Aber das ist halt einfach durch diesen Schnitt. Also ich fände auch, also das ist das, was mich eher mal stört, dass die halt, das sind immer so kurz schneiden, dass da halt wirklich so viel Action dabei ist. Und du meinst, es geht Schlag auf Schlag, aber theoretisch vergeht ja immer etwas Zeit. Aber die Gimmicks fand ich toll. Was ich auch immer lustig finde oder toll finde oder wo ich mich auch immer, wo ich auch immer baff bin, ist, welche Gaststars die immer dazu holen. Also wir hatten ja letztes Mal schon die Blumen Group. Dann war schon hier unser Michael Winslow da, der Geräuschkünstler hier aus Police Academy. Und ich war, saß echt immer wieder da und hab mir gedacht, oh wow, die kommen hier mit dazu, fand ich immer sehr witzig. Und ja, dieses Mal gibt es auch ein paar Überraschungen. Ja, auch die haben mich teilweise überraschend, wo ich gedacht habe. Mir ging es da genauso wie du, wow. Ich mein, klar ist das ein erfolgreiches Konzept. Und Deutschland hat sich das ja auch eingekauft aus dem Ausland. Das ist ja jetzt keine deutsche Erfindung. Aber trotzdem, also fürs deutsche Fernsehen dachte ich auch, oh ja, komm, die lassen sich nicht lumpen. Ja, wirklich viel kann man nicht groß verraten. Und wollen wir natürlich auch nicht nur die kurzen Abhandlungen. Hattest du deinen Spaß mit den zwei Folgen und bleibst du dran? Ja, also ich hatte jetzt wirklich meinen Spaß. Ich war, ich habe mich bei manchen Konzentrationen auch gefragt, warum die mit dabei sind. Aber, also jetzt eben auch die Kaulitz-Zwillinge, aber ich fand das, was die gemacht haben, ganz gut und habe mich auch gefreut, die zu sehen. Ich werde mir jetzt dann Ende Oktober auch noch die dritte Folge anschauen, weil ich es schon spannend finde, wie es noch weitergeht. Und ja, also ich habe meinen Spaß damit. Ich glaube auch, wer sonst immer mit LOL viel Vergnügen hatte. Ich fand jetzt zumindest auch dieses Halloween-Special hat jetzt mir die ersten zwei Folgen auch besser gefallen als das Weihnachts-Special. Ja, mir geht es, mir geht es genauso. Ich hatte mit relativ wenig gerechnet, aber die Kaulitz-Jungs, die geben auch ordentlich Gas und machen das auch ganz gut. Ja, okay, ich hätte auch gern jemand anderen noch drin gehabt, aber ist jetzt halt so, ich kann mit denen halt wirklich relativ wenig anfangen. Aber ich werde mir natürlich auch die letzte Folge angucken und mir hat es auch deutlich besser gefallen als das Christmas-Special. Aber deine Kritik, was wir ja auch vorhin schon gehabt haben, dieses Gehetzte, finde ich auch, da ist halt, da denke ich mir halt, na, vielleicht wäre eine Folge mehr, die dem Ganzen so ein klein bisschen Tempo rausnimmt, wäre mir vielleicht lieber. Aber ja, es sind halt drei. Ich freue mich trotzdem dann auf die nächste Staffel. Ich bin, die müsste dann, glaube ich, denke ich mal nächstes Jahr kommen. Weiß jetzt nicht so ganz genau. Ich habe jetzt nichts gefunden und hoffe auch auf ein wirklich wieder tolles Line-Up. Ja, wenn du nichts mehr hast, Nee, nicht mehr von meiner Seite. Einfach nur die Empfehlung, das anzuschauen, macht bestimmt Spaß, auch in der dunklen Halloween-Zeit. Ja, so als kleines Päuschen zwischen all den blutigen Horrorfilmen, ist das vielleicht auch gerade was Gutes. So ein kleiner Aufheller. Genau, genau. Stimmungsaufheller. Und danach kann man wieder zurück zum Ursprung gehen. Ja, von mir aus wärst es, das war auch das Fazit. Mehr können wir euch nicht sagen. Ihr werdet vielleicht euren Spaß haben als Fans bestimmt. Schaut rein. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Kommt, kommentiert, folgt uns, kommt auf www.tele-stammtisch.de. Das ist die Homepage. Geht auf den Discord-Server. Der Link ist bestimmt hier auch irgendwo noch versteckt. Da gibt es nämlich dann die volle Packung von allem und jedem. Ich sage schon mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Schauen. Und bei dieser spooky Jahreszeit. Und dann darf die Theresia Tschüss sagen. Ciao, ciao. Ciao und ich wünsche euch allen ein schönes, schauriges und lustiges Halloween. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.